Hallo und herzlich willkommen bei 4Honor, ich bin der Graphic Arrower und das ist schon die zweite Folge. Okay, ja in der letzten Folge waren wir ja, kann ich da eigentlich wieder zurück? Ja, da waren wir hier, hier guckst du. Das habe ich übrigens nicht angezündet, müsst ihr letzte Folge schauen, wenn ihr wissen wollt wer das war. Und jetzt bleiben wir, ja und jetzt bleiben wir halt draußen. So, ah ja genau, Schwierigkeit wieder schwer. Ja, schwer, was soll's. Ich kann es ja dann privat noch einmal spielen, oder? Starke Herausforderung. Es würde mich schon reizen, ganz ehrlich, es würde mich reizen. Ich werde es einmal so probieren und wenn ich sehe, dass ich hier total abkacke, dann werde ich es wieder reduzieren. Okay, das ist ein Deal. So, ein Wächter wurde entzündet, um Eisner Legion zu helfen, die Wikinger aus der Zuflucht in Egendor zu vertreiben. Okay, Geschichte anhören. Dieser Wächter war mehr als würdig. Aber es gab noch so viel zu erledigen. Die Wikinger waren dabei, die letzte Zuflucht der Eisernen Legion in Aschfeld zu zerstören. Meine Schwarzenfelslegion sollte sie retten. Okay, na dann schauen wir mal. Achso, probiere neue Gaben aus. Vor jeder Mission kannst du wählen, welche Gaben du ausrüsten möchtest. Teste verschiedene Spielstile, indem du den Tasten 1 und 4 die jeweils gewünschten Gaben zuweist. Oh Gott. Okay, fortfahren. Hui. Ähm, der Wächter, blablabla, kennen wir ja schon. Bereit? Nein, um Gottes Willen. Hm. Zweite Luftdauer generierst du einen moderaten Teil deiner Gesundheit? Oder alle deine Angriffe vor... Ja, aber 2 und 4 und... Achso, okay, ich kann zwei Gaben ausrüsten und... Okay. Okay, Gott, das geht ja nicht, wenn wir das ja schon haben. Deine Ausdauer regeneriert sich etwas schneller, wenn du ruhst. Heldenkills erhöhen für 15 Sekunden. Angriff und Verteidigung. Ja, eine Heldgabe wäre nicht schlecht, ja. Stimmt eigentlich. So, bereit. Ha, 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 ha. Spieler über... Ähm, um... Äh, hm. Kommt da noch was? Unterbricht. Unterbricht den Deckungsdurchbruch, den du uns gegen den Rüchner im Moment auf... Hm. Drückst. Karte wird geladen. Karte wird geladen. Es gibt viele Legionen. Und die eiserne Legion ist die größte von ihnen. Doch in Aschfeld stand die eiserne Legion kurz vor ihrem Untergang. Ihr Kommandant, Stone, brauchte eine Armee. Holden Cross schickte mich. Schwarzenfels, wo bleibt unsere Verstärkung? Ich bin die Verstärkung. Ha, 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 ha. Das bin ich. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ist das ein Schatz? Ha, ha. Öffnet das Tor. Führt uns an, Schwarzenfels. Spieltück. Die Schlacht war schon so gut wie verloren. Das musste ich ändern. Ich kann es ruhig zu. Na dann. Die Frontkontrollen. Töt den Gegner. Und Krieger uns erhelfen, die Frontkontrollen. Ja, klar. Vorrücken. Schlacht sie zurück. Die Map kennen wir ja. Da wird ja gar nicht angezeigt, von wo der kommt. Ich muss nur ganz kurz schauen. Der links und rechts trifft automatisch. Und in der Einladung verfügt über der leichte Kopfangriff über überlegende Block-Eigenschaften. Nutze ihn für Konterangriff. Das heißt, wenn jemand einen Angriff macht und ich kriege den Konterschlag da dazwischen, dann ist es vorbei mit dem. Und er bricht schwerer und leichter Angriffe. Ja genau. Huh. Nein, nein, nein. Achso, ich seid ja, ich seid ja nicht meine. Die kennen wir ja vom Tutorial. Die kennen ich vom Multiplayer. Hä? Was ist denn hier? Ups. Back da. Ansporn, Verbündeten richten, Mehrschankriege kämpfen, härter. Ah, okay. Dann verschieben wir mal die Front. Los geht. Huhu. Oh, Entschuldigung. So. Ich brauche mich hier mal kurz ein bisschen auf. So da. Okay, den Flanken. Was? Was richtig im Angreifen zu entgehen. Ja, ja. Ich will nur die Dinger zu steigen. Wieso wird denn das nicht angezeigt? Achso, realistisch. Ja, haha. Oh Gott. Toll. Oh Mann. Das ist ja wirklich dann aber schon schwierig. Weg. Okay. Wir müssen alle Wikinger töten und die Garnisoner töten. Ah. Ja. Okay. Okay. Okay, der kann nix. Der kann gar nix. Okay. So da. Weg da. Weg da. Weg. Weg. Huch. So. Einnehmen. Verstärkung. Die Garnison hilft uns Verstärkung zusammen. Äh, Verstärkung. Geschöhn, etwas Stahl. Wie geht das mit dem... Jo, halt die Klappe. Geht denn das mit dem Anschauen? Ich drück... Hab auch eh gedrückt, aber irgendwie geht das trotzdem nicht. Hä? Hä? Hat da was geblinkt? Nein, oder? Nein. Katapult. Achso. Mit P kann ich dann... Äh... Ja, warum nicht? Wird das dann einfach ausgetauscht oder... Ja, oh Gott, ist weg. Okay. Guten Tag. Idioten. Huch. Kettenangriffe. Angriffe mit richtigem Timing. Verfügen über... Verknüpfte Animationen. Drück Eskeben. Und die Aktion Seite... Ja, ja. Ich muss dich an die Zone erobern. So, einer weniger. Äh... Wie war das? So war das. Miserum. Auwa. Auwa. Ohoho. Heil. Oh man. Auwe. Okay. Schon ein anderes Spielgefühl, wenn man da nichts mehr sieht. Ah. So. Raus mit dir. Waaah. Okay. Ja, ja. Ich mach schon. Ich mach schon. Zack. 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 Ah. Ich hab's jetzt zwei. Nice. Was ist denn das da oben? Oh. Okay. Tschuldigung. Alles klar. Da kann ich ja die... Die schießen ja gar nicht. Ich muss die Flamke erobern. Ich seh hier noch jemand? Nein, oder? Irgendwie ein Held oder so? Äh. Hui. War das einer von uns oder? Also da hinten da? Egal. Ich mach hier mal. Meins. Gibt schöne Erfahrung. So. Das ist ja die Erfahrung, glaube ich, oder? Zack. Zack. Tot ist er. Zack. Zack. Juhu. Lauf nicht weg, Mann. So. Ich farme hier ein bisschen Punkte. Oh, oh, oh. Okay. Ich geh hier mal. Komm ich da? Nein, komm ich nicht hoch. Äh. Gut, dann lauf halt weg. Ah, der schon wieder. Oh, okay. Zack, zack. Tot. So, lass mich da in Ruhe. Kämpf doch gegen andere Leute, Mann. Jetzt muss die Flanken erobern. Ja, wo muss... Achso, da ist die Leiter. Ich heil mich mal. Hui. Toc, 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 toc. Exekutioner. Benutze bei aufgeschaltenen Gegnern einen schweren Angriff als letzten Schlag, um eine Exekution einzuleiten. Drücke dann schnell Q oder E für eine Hellenexekution. Du regenerierst da durch etwas Gesundheit. Zack. Da war jetzt aber keine Exekution. Au. Aua. Und zack. Nein, und zack. Nein, dann halt nicht. Okay. So. Wir müssen die Wittlinger beseitigen, um die Stellung einzunehmen. Oh, das hätte mir hier vorgehalten. Okay. So. Ah, noch ein Katapult. Jetzt mach ich halt einmal. Katapult. Bluuui. Bluuui. Wo muss ich hin? Verteidige die Zitadelle. Ja, äh, Vertreiber Defender. Ah, okay. Ah, da hab ich ja noch was. Zack. Ähm. Wo muss ich hin? Da krieg ich sicher Schaden. Ja, ja, ich geh schon runter. Wui. Okay. Attacke. Der kann ja gar nichts. Ja. Nice. Erledigt. Oh, das war schon. Ah, jetzt kommt wieder ein Boss, oder was? Stopp! Was? Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Okay, Achtung. Okay, die weicht aus. Aua. Hallo, Mann. Hör auf. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich will nicht sterben. Rache, jawohl. So, ey, das war's mit dir. Ei, ei, ei. So, verschwindet. Hm. Nicht schlecht, Schmerzenfels. Ja. Wahrlich nicht schlecht. Ich bin gut. Obwohl ich das sicher auch allein geschafft hätte, aber... Ja, du hättest es sicher alleine geschafft, so wie du aus dem Atem bist. Missionsbelohnungen gehen ja wieder viel zu schnell weg. Äh? Aha, so viele Belohnungen, okay. Storyerfahrung, bla 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 bla. Storylevel, Fleischwunderstufe 1, Geschäfteklinge. Gabe, Henker, bla bla bla, ja, ja. Ich muss nur schauen, was das genau dann ist. So. Äh, Angriffe errichten 30 Sekunden lang Extraschaden an. Leichte Heilung und leichter Schadensbus für 15 Sekunden nach Exekution. Angriffe errichten für 15 Sekunden mehr Schaden an. Du leidest 15 Prozent weniger Schaden. Auch nice. Die Wikinger hatten wir in die Flucht geschlagen. Und während unserer Aufräumarbeiten besiegten wir auch die Reste der versprengten Legionen und vereinten sie unter der Fahne von Schwarzenfels. Ich glaube, der Wächter hatte einige Probleme mit unseren Methoden. Ja, kann sein. Hm, okay, gut, kann ich mir ja dann anschauen. Geschichte! Die Wikinger hatten wir in die Flucht geschlagen. Und während unserer Aufräumarbeiten besiegten wir auch die Reste der versprengten Legionen und vereinten sie unter der Fahne von Schwarzenfels. Ich glaube, der Wächter hatte einige Probleme mit unseren Methoden. Das ist ja genau das... War das zuerst auch das... Äh, ups. Ja. So, äh, realistisch. Ja, spielen. Du regenerierst... Ich will mehr gaben. Ich will nicht nur die zwei haben. So blöd. Hm, da passt... Ja, ja, dein Ausdauer. Helden-Kills erhöhen 15 Sekunden lang Angriff und Verteidigung. Angriffe richten... Nein, das... Das ist ja nicht. Du leidest 15% weniger Schaden, könnte nützlich sein. Angriffe richten für 15 Sekunden mehr Schaden an. Leichte Heilung und leichter Schadenspass für 15 Sekunden nach Exekution. Machen wir das. Auch wenn wir vielleicht ein Heil-Dingsbums da, aber... Leichte Heilung und leichter Schadenspass. Wird schon passen. Was? Wenn du eine Schwierigkeit realisierst, kannst du nur einmal sterben? Dann ist das Spiel vorbei. Oder was? Puh, danach brauche ich eine Aufnahme-Bausse. Ich habe Hunger. Ich hatte einige Fragen. Zur schwarzen Felslegion. Ach, die hängen da doch nur ab. Alles okay. Die letzten Wikinger haben sich in einem nahen Außenposten verschanzt. Die eiserne Legion dort ist desertiert. Braucht ihr Hilfe? Ne, ich komme schon klar. Werdet bloß nicht zu stolz. Bereit? Geht voranz. Deserteure? Das wollte ich mir selbst ansehen. Kann ich verstehen. Stone gehörte zur eisernen Legion. Ich vertraute ihm. Okay. Weg da bitte. Ich muss hier nur... Renn mir nicht ins Messer, Mann. Oder ins Schwert. Möchtet ihr über etwas reden? Noch nicht. Noch nicht. Düt tüt tüt. Hallo. Oh. Zack, zack, zack. So schnell geht's. Aua, Aua. Okay. Exekutieren geht nicht. Exekutieren, weißt du? Äh, ja. Hallo. Er soll exekutieren. Wann? Ich bin in der... Ah, okay, gut. Das kennen wir ja. Wie geht das? Nun? Oh. Wenn Lava abkühlt, kann sie wahre Wunder hervorbringen. Ein schwarzes Glas, das schärf... Wenn Lava abkühlt, kann sie wahre Wunder hervorbringen. Ein schwarzes Glas, das schärfer ist als die schärfste Klinge. Oben in den Bergen gibt es einen schwarzen Fels aus Obsidian, aus dem ein runder Tisch geschnitten wurde. An diesem... Oh, okay, gut, das habe ich nicht gewusst. Sorry. Sollte nicht zu schwer werden. Wo wir auch hingehen. Lassen wir unser Volk im Stich. Was ist mit der eiserne Legion geschehen? Wartet hier. Ich räume die Brücke. Woher geht es? Deckungserbruch und werf. Durchbrüche die Deckung deines Gegners und verkehrt dem Anschluss an einen weiteren Deckungserbruch, um deinen Gegner zu werfen. Kannst du in Richtung des Wolfs steuern. So wie in Lava abkühlt. Oh, das wollte ich nicht. Ha! Ah! Und Angriff. Hm, verkehrter Anschluss an einen leichten Angriff. Okay. Zack! Nein, ich will den da hinten. Nein. Verdammt. So, zack. Jetzt muss ich noch einmal schauen, welche Aktionen Matta hat noch einmal. Äh, links, links, rechts oder... Links, rechts oder rechts, rechts? Aha. Achso, das sind die drei. Okay. Links, links, rechts. Hoppla. Mann, das sind... Die... Die... Ah, Mann! Okay. Hoppla. Ah, okay, da kann ich es dagegen werfen. Externe Blocks. Ja gut, das können wir. Oh, 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 oh. Lieber mal schnell heilen. Okay. Gar nicht so einfach. Mann, jetzt stirbe ich endlich. Ich will exekutieren. Exekutieren? Ich sag immer exekutieren. So. Huch, keine Ausdauer mehr. Nicht, dass er da noch reinsprintet, hey. Obwohl, dem geht es eh gut. Akupunktur. Leicht schiefgegangen. So, was haben wir denn hier? Aha. Wir lassen Gegner zu Boden gehen. Schafft ihr das? Komme ich hier rauf? Nein. Ich muss ihren Anführer besiegen. Oje. Au. Zack, einer weniger. Au. Zack. Und. Zack. Zack. Okay, nein, das wollte ich nicht. Uiuiuiuiuiuiuiui. Nicht so einfach. Jetzt, jetzt sollte er mal sterben. Oder auch nicht. Die verdammten Schildträger, Mann. Okay, so. Jetzt da war. Nein. Und zack. Wieso, wieso exekutiert denn er nicht? Hm. Was gibt's hier? Ist, glaub ich, besser. Weil ich habe schon wenig Gesundheit und... Hopp. Danke. Okay, jetzt muss ich da rauf anscheinend. Ja, jetzt muss ich da rauf anscheinend. Aua. Heil, 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 Heil. Aua. Hoppala. Hoppala. Noch einmal, wie weit vor, noch einmal. Oh, nö. Ja, gib mir da. Was denn fällt, Mann? Achso, das gilt. Okay, das bleibt. Mann, 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 Mann. Ist nicht so einfach. Okay, das war ein nice, ein nice Combo. Nein, wollte ich nicht. Nein, wollte ich nicht. Nein, wollte ich nicht. Jetzt lass, lass, die gehört mir. Hä? Mann. Oh Gott, ich sollte echt was essen. Mir knurrt der Magen, denn der, der, der legt... Stone gehörte zur eisernen Legion. Ich vertraute ihm. Ja, ja. Ähm, der legt mich da die ganze Zeit ab. Oh. Okay, gut, wir haben eh schon... Äh, einen Versuch machen wir noch. Möchtet ihr über etwas reden? Noch nicht. Wikingat! Was du willst, uneskalviert dein Kuhl und Basterer! Dem hab ich nie geübt mit dem Ritter. So. Okay. 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 Okay, zack, und runter mit dir. So. Nice. Äh, okay, überspringen. Können wir ja schon. Ja, können wir ja. Nein, ich will da rüber, Mann. Ah, so geht das. Okay, mit der Maus. Alles klar. Nice. Oh, beide geblockt. Nice. Oh, das war schön. Das war schön ausgewiesen von mir. Ich lobe mich gerade selber, weil jemand anderes tut sie nicht. So. Das wollte ich nicht. Versteck dich nicht hinter deinem Schild, du weicher. Oh. Hä? Aha, schön. Ich sollte das öfter machen mit dem Schild durchbrechen. So, zum Beispiel. Oder so. So. So, zack. 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 Nice. Okay. Und die Umgebung sollte ich auch öfters verwenden. Oh, jetzt habe ich da hinten den Ding vergessen, den zum, äh, heilen, den Buff. Okay, so. Und der nächste. Nice. Aber wieso exekutiert er nicht? Zack. Ah, wieso macht er das nicht? Hm. Ich verstehe es gerade nicht, warum er nicht? Geht das nur bei bestimmten? Oh, das ist ja dann du bescheuert. So, da hinten habe ich es ja schon. Probieren wir es dann noch einmal. Hoppala. Nein. Nein, ich will weg, ich will weg. Mann. Ah, okay, gut. Aufnahme. Ich brauche kurz Pause. Weil ich muss was essen, weil sonst raste ich hier noch aus. Ja, halt die Klappe. So. Ich vertraute ihm. Ja, passt. So, Dankeschön fürs Zusehen und, äh, ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Jahr. Jahrh�-Nabilisärkt. Yeah, was. Der FC-Nabilisärkt. So, ich bin da oben.